Hallo meine Süßen und herzlich Willkommen zum Verlosungsvideo des Provin Paketes. Im Anschluss seht ihr dann, wer gewonnen hat. Ich wollte euch nur noch vorher sagen, eben Rechtsweg ist ausgeschlossen, es kann nicht im Bar abgelöst werden. Der oder die Gewinnerin muss sich dann per E-Mail bei mir melden. Und für alle, die dann nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, ich werde immer wieder eine Verlosung machen. Und ja, ich wollte euch nur noch sagen, dass ich das so richtig Oldschool mäßig gemacht habe, so mit Namen auf Zettel schreiben und Falten in eine Schüssel ohne aus der rausziehen, weil dieser ganze technische Schnickschnack, da bin ich nicht so versiert und das weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Und deswegen habe ich es Oldschool gemacht und bleibt gespannt und schaut, wer gewinnt. Bis zum nächsten Mal, Las curs batt 잘? Und wenn ein Hai bei Cabin da wird, dann geht's mir malcional und dann in Potenziale. Und wenn dir plötzlich gemacht, wenn du kannst, wer bist besser? Überras northeorgan. Gut, mal alles du apostles, was kannst du auf das rausziehen. So meine Süßen, ich habe gedacht, ich mache das komplett old school, also keine technischen Spielereien, keinerlei irgendwas, sondern ich habe alle, die mich gemacht haben, habe ich Namen auf einen Zettel geschrieben und der ist da drinnen und da ziehe ich jetzt gleich jemanden. Die Gewinnerin oder der Gewinner, wir haben genau einen Mann dabei, ja, also der Gewinner oder die Gewinnerin muss sich dann bei mir melden per E-Mail bitte, E-Mail-Adresse habt ihr unten, ja, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und ich brauche ja einen Namen, richtiger Name und Adresse, damit ich weiß, wo ich das Paket hinschicken kann. Es ist auf jeden Fall drinnen ein Backofenreiniger und der Orangenreiniger von Probin und vielleicht eine Kleinigkeit von mir und es sind 35 Namen drinnen, also die Chance ist recht groß. Ja, ich würde sagen, ich ziehe da jetzt mal eben aus, meine Freundin hat sich dann doch geweigert. Ich bin ja selber schon so gespannt. Ihr braucht jetzt natürlich nicht mehr unter dem anderen Video kommentieren, es bringt nichts mehr. Ja, ich sage es zuerst euch, wenn ich den Zettel aufkriege. Tada! Marie, Marie? Marie, Marie? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Paket von Probin bekommen. Ich danke auf jeden Fall allen anderen fürs Mitmachen und wir werden natürlich wieder mal was verlosen. Marie-Marie, es ist jetzt an dir, bitte melde dich bei mir innerhalb einer Woche, das heißt, bis spätestens nächsten Montag melde dich bitte bei mir, sonst wird der nächste ausgelost. Wenn soll ich mich bis Montag bei mir meldest, ziehe ich noch einmal. Ja, danke auf jeden Fall allen fürs Mitmachen und wir sehen uns dann übermorgen zu einem normalen Clean With Me Video und ich hoffe, die Marie-Marie meldet sich bald bei mir, damit ich dir deine Gewinn zusenden kann. Herzlichen Glückwunsch, Bussi, Baba! Herzlichen Glückwunsch, Bussi, Baba! Herzlichen Glückwunsch, Bussi, Baba! Herzlichen Glückwunsch, Bussi是不是?! Herzlichen Glückwunsch, Bussi. Herzlichen Glückwunsch, Bussi, Bussi, Berninnen undBr с Neuzuntu. Herzlichen Glückwunsch!